Jungs, wir sind jetzt drin. Wir haben original noch fünf Minuten Zeit, bevor die Bullen kommen. Hast du das Auto besorgt? Oder zum dritten und letzten Mal? Ich kauf dir doch kein Auto, meine Bank zu überfallen. Hätte ich gern für ein Auto, würde mich doch keine Bank überfallen, du Idiot. Ah, na Jungs. Wollt die Bank überfallen und danach mit Bahn nach Hause fahren oder was? Keine Ahnung. Ah, dann gib mal die Waffen. Gib mal die Waffen. Okay, gib mal die Waffen. Okay, sorry. Digga, was ist los? Hast du Angst oder was? Nein, ich hab keine Angst. Alter, der Christoph hat Angst. Wir hätten auch noch mitnehmen sollen. Alter, Bruder, ich will dir echt keinen Druck machen. Aber wenn wir jetzt verkacken, wir landen alle in den Knast, Bruder. Bruder, sag, was ist los mit dir? Ich sag euch ehrlich, König der Löwen kommt in den Kinos. Ich bin Filmant. Ich muss den Film sehen. Ich kann es nicht verpassen. Bruder, willst du mich verarschen wie so ein Scheißfilm oder was? Alter, Bruder, der kommt wirklich. Der ist gut. Ich riskiere doch nicht den größten Pott meines Lebens wegen so ein Scheißfilm, Bruder. Ich bin der größte Fan, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Ich muss den sehen. Vertrau mir, der ist gut. Warte mal kurz. Zeig ihm an den Trailer. Okay, bleib mir. Guck, Bruder. Guck, warte. Der ist Baba. Das ist Simba. Der ist gut. Das 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 ist gut. Sag doch mal. Geil. Das ist gut. Bruder, scheiß auf Bank, alle. Sag mal bitte. Ja, Mann. Hey. Hör mal zu. Weißt du was ich denn machen? Wir gehen auf jeden Fall in die erste Reihe und du beschaust die Karten. Oder du reservierst. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Scheiß auf Bank, ich bin auf alles. Hey, ich hab ne Idee. Scheiß, es ist ein Handy. Hahaha. Scheiß. Scheiß auf. Mach das vom.